Ich lerne Deutsch. Nummer 11842 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Findest du meine Krawatte zu auffällig? Ich mag die Farbe. Findest du meine Krawatte zu auffällig? Ich mag die Farbe. Wenn du mich singen hören willst, brauche ich ein richtiges Mikrofon. Auf keinen Fall. Das geht nicht. So viel Glück kann niemand haben. Auf keinen Fall. Das geht nicht. So viel Glück kann niemand haben. Informationen sind wie Bausteine des Wissens. Sammle sie sorgfältig, um dein Verständnis der Welt zu erweitern. Informationen sind wie Bausteine des Wissens. Sammle sie sorgfältig, um dein Verständnis der Welt zu erweitern. Weißt du, wie Überraschungen auf Kinder wirken? Sie strahlen vor Freude. Weißt du, wie Überraschungen auf Kinder wirken? Sie strahlen vor Freude. Wir sind ein junges Start-up im Bereich erneuerbarer Energien. Wir sind ein junges Start-up im Bereich erneuerbarer Energien. Wir sind ein junges Start-up im Bereich erneuerbarer Energien. Ich dachte, du kommst nicht mehr. Hast du verschlafen oder bist du durch den Verkehr aufgehalten worden? Ich dachte, du kommst nicht mehr. Hast du verschlafen oder bist du durch den Verkehr aufgehalten worden? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020